Ja, moin allerseits aus Bremen hier aus meinem Studio. Ich hatte vor ein paar Tagen mal wieder eine Bildidee. Und zwar habe ich mir überlegt, was eigentlich passieren würde, wenn man einen Toaster auf dem Mond benutzt. Also der Toast, wenn er rauskatapultiert wird, wird er dann einfach in den Weltraum katapultiert, weil es so wenig Schwerkraft gibt. Also ganz so weit vermutlich nicht. Aber er würde wahrscheinlich ein ganzes Stück höher fliegen als hier auf der Erde. Und das fand ich schon mal eine ganz gute Grundlage für eine Bildidee. Und ja, solche Ideen habe ich manchmal, wenn ich im Bett liege und kurz vor dem Einschlafen bin. Häufig sind das dann die besten Ideen. Und obwohl ich dann eigentlich gar keinen Bock mehr habe, irgendwas zu notieren, also mein Handy nochmal rauszukramen, nochmal in das Licht des Displays zu schauen. Aber ich muss mir das notieren, denn ansonsten ist am nächsten Morgen alles weg. Bevor ich also das Bild umsetze, wollte ich aber zumindest ChatGPT nochmal fragen, ob das in irgendeiner Weise auch wissenschaftlich Sinn macht. Wir werden das hier jetzt nicht bis zum Ende überprüfen können, aber ChatGPT spricht zumindest von mehreren Metern, die der Toast hochfliegen könnte und von einem spektakulären Schauspiel. Ich finde, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Im Endeffekt war es mir aber auch eigentlich egal, was ChatGPT sagt. Die Idee von einem Astronauten, der seinem wegfliegenden Toast hinterher schaut, fand ich irgendwie sehr witzig. Und deswegen möchte ich das Ganze umsetzen. Das wertige Bild zeige ich dann natürlich am Ende des Videos. Ich habe auch direkt zwei Bilder beziehungsweise zwei Blickwinkel umgesetzt, weil ich mich da nicht so richtig entscheiden konnte. Solche Ideen habe ich häufiger und das ist übrigens kein Zufall. Und ich arbeite da auch gerade an einem Produkt, was auch euch dabei helfen könnte, unterstützen könnte, Ideen zu haben. Da geht es jetzt gar nicht speziell um Toasts im Weltraum, sondern ganz allgemein um kreative Bildideen. Wenn euch das interessiert, tragt euch gern in meinen Newsletter ein. Den Link findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und jetzt mal zur Umsetzung dieses spektakulären Schauspiels, um nochmal ChatGPT zu zitieren. Erst einmal brauchen wir natürlich eine mondähnliche Landschaft für unsere Welt. Wenn man bei Google nach Mondoberfläche sucht, erkennt man, dass die graue Landschaft dort eine Mischung aus Sand beziehungsweise Staub, Felsen und Kratern ist. Im Blender kombiniere ich drei Flächen mit genau diesen Eigenschaften. Eine für Sand, inklusive einiger Fußspuren, dann eine für die Felsen und eine mit Kratern. Diese drei Flächen schiebe ich ineinander und sorge zusätzlich mit Masken dafür, dass an einigen Stellen mehr Sand und an anderen Stellen mehr Krater und Felsen zu sehen sind. Keine perfekte Mondlandschaft natürlich, aber ich denke, das Ganze wird seinen Dienst tun. Vor allem im richtigen Licht und mit den richtigen Farben, die ich dann auch noch einstelle. Für ein ordentliches Toastfrühstück braucht es natürlich einen Tisch. Für solche einfachen Objekte und natürlich auch die Texturen kann ich BlenderKit immer wieder empfehlen. Ein kostenloses Plugin für Blender. Ich bekomme übrigens nichts dafür, dass ich das immer wieder nenne. Vielleicht soll ich da mal anfragen. Dann kommt auch unser Protagonist ins Spiel. Den Astronaut habe ich bei CGTrader geschossen. Ich packe die Links mal unten in die Beschreibung als zu BlenderKit, zu CGTrader und so weiter. Und mit Mixamo habe ich ihn animiert. Das ist wirklich super simpel. Einfach den Astronaut dort hochladen. Da muss man so ein paar Körperteile anklicken, damit Mixamo weiß, wo die Handgelenke und Kniegelenke und sowas sind. Und dann geht das ganz automatisch. Und dann kann man da eine der fertigen Animationen einfach hinzufügen. Und dann das Modell inklusive dieser neuen Animation wieder herunterladen. Also ich habe hier einfach eine Fang-Animation aus dem Baseball gewählt. Wir brauchen ja am Ende nur einen Moment, also nur ein Bild, in dem es so aussieht, als ob unser Astronaut nach dem Toast greift. Also in Blender kann ich mir dann genau diesen Moment raussuchen, den ich haben möchte. Ein Toaster, auch von CGTrader und die fliegenden Toasts werden auch noch platziert. Dazu eine Sitzgelegenheit und die Raumfähre im Hintergrund, um noch ein weiteres nettes Detail hinzuzufügen. Womit ich mich immer extrem schwer tue, ist die Kameraperspektive. Hier habe ich wahrscheinlich einen Großteil der Gesamtzeit verbracht und den Bildausschnitt immer wieder verändert. Richtig zufrieden bin ich eigentlich selten, aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Auch deswegen habe ich dann am Ende zwei Perspektiven direkt gerendert. Und ja, erstmal rendern wir jetzt hier aber die eine Perspektive, die ich euch jetzt zeige. Das andere seht ihr nachher als fertiges Bild. Und als ich dann in Photoshop angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass ich gerne noch eine Erde im Hintergrund sehen würde, um einfach noch klarer zu machen, dass wir uns hier auf dem Mond befinden. Also zurück zu Blender und noch schnell eine Erde erstellt mit einigen Texturen, die ich noch auf meiner Festplatte von früher hatte. Diese habe ich dann unscharf im Hintergrund platziert, die Erde. Ich finde zusammen mit der Mondfähre rahmt es den Astronauten auch ganz gut ein. Der Rest ist neben dem Einsetzen des Himmels dann vor allem geprägt durch das Malen von Dunst und Nebel, viel rumprobieren mit Farblux und dem Versuch, den Fokus des Betrachters durch das Anpassen von Helligkeiten auf unser Motiv mit dem Astronauten zu lenken. Ja, hier seht ihr jetzt also das fertige Bild. Ich finde, es ist ganz cool geworden und bringt auch ganz gut das rüber, was ich in meinem Kopf hatte. Wie gesagt, bei der Perspektive bin ich mir immer sehr unsicher, ob ich da die perfekte Perspektive treffe. Deswegen hier auch noch die zweite Perspektive mal nebendran. Ich finde die zweite Perspektive eigentlich auch ganz cool, aber ich finde es immer, sage ich mal, für mich als Bildbearbeiter so ein bisschen langweilig, weil diese Perspektive nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet mit der Erde im Hintergrund und dem Sternenhimmel in der Unschärfe im Hintergrund, der Raumfähre und so weiter. Aber ja, schreibt mir mal gern rein, was euch besser gefällt. Was hättet ihr vielleicht noch anders gemacht? Hättet ihr noch was hinzugefügt oder was weggelassen? Hättet ihr die Idee irgendwie anders umgesetzt? Und ja, auch interessieren euch weitere solcher kreativen Ideen? Ich habe da auf jeden Fall noch ein bisschen was im Kopf und im Petto. Ansonsten macht es auf jeden Fall erstmal gut. Ich freue mich auf eure Meinung und hoffentlich sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.